Nintendo will uns wohl mal wieder verarschen. Beziehungsweise, für mich ist es unverständlich, warum Nintendo solch fatale Fehler manchmal macht, die einfach die Fans nur sauer werden lässt. Und ja, ich zähl dazu. Um das kurz ein bisschen zu erläutern, vor einigen Wochen wurde Super Mario Maker 2 mit einem fulminanten Trailer in der Direct angekündigt und das Ganze schon für Ende Juni. Und die Präsentation war eigentlich erste Sahne. Gerade, dass man die Maps im Vierer-Koop-Multiplayer-Online spielen kann, ob im kooperativen Modus oder in einem Rennen. Einfach eine geniale Idee und die perfekte Multiplayer-Ergänzung für Mario Maker. Da steigt die Vorfreude ja gleich nochmal um einiges. So, da baue ich doch bei Super Mario Maker 2 gleich mal eine Map, spiele sie selber erstmal und schließe sie ab, weil das die Voraussetzung ist, um sie hochzuladen. Nachdem ich sie hochgeladen habe, lade ich gleich mal drei Freunde aus meiner Nintendo-Freundesliste ein, um mit ihnen gemeinsam meine neue Map zu spielen. Nope. Leider nein. Nintendo lässt das nicht zu. Was fällt dir auch ein, deine Mario Maker-Map mit deinen Freunden online zu spielen? Mit irgendwelchen random Leuten aus anderen Ländern, die du nicht kennst? Macht das doch viel mehr Spaß. Nein, jetzt mal Realtalk. Also, Nintendo hat wirklich gesagt, es ist nicht möglich, mit Freunden seine Mario Maker-Maps zu spielen. Also, sie machen einen Multiplayer-Modus für Mario Maker. Und man kann seine eigenen Karten und die Karten auch von Freunden nur mit einer random Spielersuche starten. Und die Begründung von Nintendo ist natürlich mal wieder Gold. Sie begründen nämlich alles mit den globalen Ranglisten, dass sie dadurch verfälscht würden. Also, jede Map, die du hochlädst, hat ja dann auch eine globale Rangliste und man kann dort aufsteigen. Und sollte man die mit seinen Freunden spielen, mit denen man sich gleichzeitig noch unterhalten kann, könnte man kooperativ das Ganze beeinflussen und würde sich in der Rangliste hochcheaten. Das ist die Begründung von Nintendo und deswegen lassen sie das Ganze nicht zu. Jetzt frag ich mich, warum nicht einfach einer von Nintendos Leuten mal auf die Idee kommt, dass die Multiplayer-Matches, die mit Freunden stattfinden, einfach nicht in die Rangliste gezählt werden, aber sie trotzdem möglich sind, dass die globalen Ranglisten einfach deaktiviert werden für diese Rennen. Warum kommt niemand auf diese Idee? Ist es zu kompliziert? Die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft kostet für drei Monate acht Euro, was natürlich nicht viel ist, aber trotzdem haben sie einen bezahlten Online-Service eingeführt, wo wir nichts für kriegen. Was übrigens auch dazu kommt, ist, dass bei anderen Online-Services kann man wenigstens auch einen Sprachchat aktivieren und sich unterhalten, was ja bei Nintendo nur über eine App geht. Außerdem kann man sich ja nicht mal über die Freundesliste einladen bei Nintendo. Also man müsste, wenn überhaupt, bei Mario Maker wieder so ein System wie bei Mario Kart 8 Deluxe machen, mit einem Raum erstellen und einem Code, den man eingeben muss und Sonstiges, als würden wir noch im Jahre 2002 leben oder so. Und ich kann echt nicht verstehen, warum Nintendo sich selber immer so ins Aus schießt. Also warum? Das muss mir wirklich einer mal sagen und ich hoffe, ihr seid auch meiner Meinung und man kann nur hoffen, dass der Shitstorm, der gerade im Internet stattfindet gegen Nintendo, dass sie das wahrnehmen und an einer Lösung arbeiten und ganz ehrlich, ich habe ja schon die Lösung genannt, es ist ja nicht so schwer. Sie müssen nur die Listen deaktivieren während der Multiplayer-Matches. Und dann können wir auch eventuell Mario Maker 2 mit unseren Freunden aus der Liste spielen und nicht nur mit irgendwelchen Randoms. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es noch weitere News zu Mario Kart Tour, wo ich ja auch schon ein Video gemacht habe, wo ich auch schon befürchtet habe, dass das Ganze ziemlich viel mit Mikrotransaktionen verseucht sein wird. Und ja, die Bestätigung kommt immer mehr durch von den Beta-Testern von Mario Kart Tour, das Mario Kart für die Smartphones. So wie es aussieht, ist das Ganze wirklich mit einem Ausdauersystem ausgestattet, wie man es von den billigsten Pay-to-Win-Spielen aus dem App Store kennt. Dass man wirklich einen Ausdauerbalken hat, der sich über Stunden füllt oder man kauft Ausdauer mit Echtgeld. Und als wäre das noch nicht genug, hat man sogar richtige Pay-to-Win-Elemente drin. Und zwar mit seltenen Fahrern, seltene Fahrzeugelemente, die man per Zufallsprinzip ziehen kann aus sogenannten Paketen oder Lootboxen, könnt ihr sie auch nennen. Und seltene Fahrzeugteile beziehungsweise seltene Fahrer haben Vorteile bei bestimmten Strecken, wo man dann natürlich besser abschneiden kann. Was natürlich ein klares Pay-to-Win-Element ist. Und als wäre das noch nicht genug, kann man dort auch nicht seine Freunde einladen und ein klassisches Rennen fahren wie bei Mario Kart. Das wird da auch nicht möglich sein. Aber da warte ich lieber noch den Release ab, bevor ich da ein einzelnes Rant-Video raushau. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und versteht mich nicht falsch, ich bin ein riesen Nintendo-Fan und bin einfach nur enttäuscht für die Entscheidungen, die Nintendo manchmal trifft. Ciao und tschüss, euer Theo.